Hey mein Freund, cool, dass du dabei bist bei diesem neuen Video und wir schauen uns heute zusammen mal wieder einen Kommentar an, der uns für diese Woche Inspiration schenkt und der uns vor allen Dingen daran erinnert, warum wir auf dieser Reise sind und warum vielleicht Schwierigkeiten, warum vielleicht negative, negative Gefühle, warum das, wovor wir vielleicht in der Vergangenheit ausgewichen sind, gerade das ist, was uns wachsen lässt, warum es gerade das ist, was uns am Abend, wenn wir ins Bett gehen, eben ein gutes Gefühl gibt. Und genau diese Erinnerung, genau das, was in diesem Kommentar, den wir gleich zusammen lesen werden, drinsteht, ist eben das, was wir uns gar nicht oft genug vor unser Auge führen können. Bei mir war es heute wieder ähnlich, ich hatte heute mal wieder auch so einen Tag, wo ich eben diese Entscheidung hatte, entweder mich in irgendwelche Sinnlosigkeiten flüchten, weil ich das Gefühl habe, ich habe gerade Energie im Tank, ich bin gerade aufgeladen, aber ich wusste eben nicht, was ich mit dieser Energie machen soll. Und deswegen jetzt eben eine konstruktive Entscheidung getroffen, dieses Video zu machen, die Energie konstruktiv auszuleben, etwas für meine Reise zu tun und am Abend sagen zu können, ich habe heute etwas geteilt, ich habe heute etwas geschaffen, worauf ich dann eben stolz sein kann. Und ich habe mich eben nicht fremdsteuern lassen, ich bin eben nicht davor ausgewichen, vor dem, was ich ja eigentlich hier jetzt gerade machen möchte. Der Kommentar heute kommt von Dano, ist schon fünf Monate alt, aber das soll uns gar nicht stören. Ich bin seit zwei Monaten auf dieser Reise und muss wirklich sagen, dass ich in dieser Zeit mehr auf die Reihe bekommen habe, als in den letzten zehn Jahren. Lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen, in den letzten zwei Monaten hat er mehr geschafft, als in den letzten zehn Jahren. Zumindest sagt er mir das sein Gefühl und sind wir mal ehrlich, genau das ist doch das Entscheidende. Seien das soziale Kontakte, Hobbys oder andere Dinge, die einem im Leben wirklich bereichern. Auch darum geht es, logisch. Nofap war slash ist für mich eine Art, und jetzt wird es wirklich spannend, Konfrontationstherapie. Lass das jetzt wirklich mal auf dich wirken, weil das ist eine Sache, die mir vielleicht unbewusst schon definitiv das ein oder andere Mal in den Kopf gekommen ist. Aber so direkt, wie Dano das formuliert hat, war mir das noch nicht bewusst Konfrontationstherapie. Mach dir wirklich jetzt mal Gedanken drüber. Denn in diesem Wort Konfrontation steckt eigentlich genau das drin, worum es bei Nofap, worum es auf unserer Reise, die wir hier teilen, hin zu unserem Potenzial wirklich geht. Es geht darum, uns mit uns selbst zu konfrontieren und eben vor den Herausforderungen, die uns auf unserem Lebensweg eben ausmachen, nicht länger davon zu schleichen oder davon irgendwie in Trance uns betäuben zu lassen, weil wir Angst davor haben. Das heißt, wenn Dano schreibt, dass er in den letzten zwei Monaten mehr gebacken bekommen hat als in den letzten zehn Jahren, dann liegt das genau da dran. Das Nofap, dass diese Reise, dass der anfängliche Verzicht dafür gesorgt hat, dass man nicht länger vom Ist-Zustand flüchten kann. Dass man nicht länger davor flüchten kann, womit man sich eigentlich hätte schon viel früher konfrontieren müssen. Vor den eigenen Aufgaben, vor den eigenen Herausforderungen, vor dem, wovor man lange geflüchtet ist. Und Konfrontation besagt nun mal, dass wir jetzt keine andere Wahl mehr haben. Das heißt, wir haben die Entscheidung getroffen, uns nicht mehr länger mit allerhand Sinnlosigkeiten ablenken zu lassen. Wir haben die Entscheidung für unsere Reise getroffen. Und das impliziert nun mal, dass wir, selbst wenn wir das mal für ein, zwei Tage nochmal machen und uns fremdsteuern lassen, dass wir jetzt genau wissen, wir sehen da drin keinen Sinn mehr. Es fühlt sich für uns schal, es fühlt sich für uns oberflächlich an. Und beim Blick durch die Gesellschaft haben wir genau auf diesen fremdsteuernden Zustand keinen Bock mehr. Wir wollen unsere Reise leben, wir wollen unser Potenzial ausleben. Und genau deswegen kommt hier diese Konfrontationstherapie so gut für uns als Inspiration für unsere kommende Woche. Denn es geht nun mal darum, zu realisieren, dass wenn wir diese Ablenkungen weglassen, dass uns all das nun mal nur jetzt begegnet, wovor wir lange genug ausgewichen sind. Und dass wir uns dem jetzt stellen wollen. Und er schreibt weiter, wo man mit all seinen Problemen, die man über Jahre verdrängt hat, alleingelassen wird und sich damit nun auseinandersetzen muss. Da man nicht mehr den einfachen Ausweg nehmen kann, muss man wohl oder übel auch mal seine eigene Komfortzone verlassen. Es ist nur wichtig, dass ihr nun etwas mit dieser Energie macht. Ich glaube, jeder von euch weiß ja eigentlich ganz genau, was euch wirklich glücklich machen würde. Bei mir war ein Punkt zum Beispiel, mich mit einer alten Freundin zu treffen. Und siehe da, wir haben uns getroffen. Wir hatten fünf Jahre keinen Kontakt und nun hatte ich nun mal den Mut aufgebracht. Die Zeit eures Lebens ist jetzt und nicht morgen oder übermorgen. Je früher ihr damit anfangt, desto besser. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute auf diesem Weg. Und lassen wir uns das jetzt nochmal kurz Revue passieren. Dann werden wir feststellen, dass ihr mit diesem, die Zeit eures Lebens ist jetzt, genau das anspricht. Das heißt, wir können natürlich zehn Jahre vor den Aufgaben, die wir eigentlich lösen wollen, davonrennen. Aber wir können auch jetzt heute die Entscheidung treffen, in den nächsten zwei Monaten eben mehr gebacken zu bekommen, als manche das vielleicht in zehn Jahren schaffen. Und damit ist noch nicht mal so sehr der äußerliche Erfolg gemeint, der mir eigentlich vollkommen Latte ist. Das heißt, diese ganzen materiellen Errungenschaften, schön und gut. Aber das ist ja eigentlich nicht das, wovon wir hier sind und wovon wir träumen. Wir träumen ja eigentlich viel eher davon, unsere eigenen inneren Grenzen zu verschieben und uns von diesen Teilen loszulösen, die uns innerlich in das Gefängnis gesperrt haben, mit dem wir uns so oft fühlen. Das heißt, jeden Tag haben wir ja irgendwelche Herausforderungen vor unserer Nase, vor denen wir ganz genau wissen, eigentlich würde ich das gerne machen, aber innerlich ist da eine Stimme, die mich das eben nicht machen lässt. Und NoFap, beziehungsweise diese Reise, führt uns eben immer wieder dahin, dass wir genau diese Situation jetzt bewusst wahrnehmen, dass wir auch dieses innerliche Gefängnis wahrnehmen und dass wir jetzt Stück für Stück eben da ausbrechen wollen. Und jeder noch so kleine Schritt fühlt sich dann eben belohnt an, als vielleicht bei vielen anderen die letzten zehn Jahre sich angefühlt haben. Genau deswegen können wir uns für diese Woche genau das mitnehmen. Diese Reise anfänglich auch als Konfrontationstherapie anzusehen, vielleicht nichtmals als Therapie, sondern einfach nur als Konfrontation mit uns selbst, in dem Wissen, dass wenn wir uns selbst vor allen Dingen immer tiefer konfrontieren, dass genau da das Wachstum beginnt, nachdem wir uns eigentlich so sehr sehnen. Und dass sich das so belohnend anfühlt, wie kaum ein äußerer materieller Erfolg, weil dieser Erfolg ist jetzt von nichts und niemandem abhängig, außer von uns selbst und führt uns langfristig dahin, wo wir denn wirklich hinwollen. Deswegen diese Reise uminterpretieren, nicht als etwas, was wir machen müssen, sondern was wir machen dürfen und so Stück für Stück eben nach vorne kommen. Für alles Weitere kann ich dir mein Buch Potenzial eben für diese Reise nur empfehlen. Ich packe dir den Link in die Beschreibung, gerne bestellen und für alles Weitere kommen in den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch weitere solcher inspirierenden Videos. Und falls du auch was zu teilen hast, dann gerne als Kommentar, vielleicht dann schon deinen Kommentar im nächsten Video. Hau rein, bis zum nächsten Video, dir nur das Beste, dein Maurice.